Ich habe mir nicht echt etwas merkwürdiges gekauft. Etwas ermerkt, Ludies? Ah, es geht jetzt die FFP2-Moske mit Hausmacher-Geschmack. Nein. Ja. Ich höre schon daheim mit Roten, mit Weißen und mit Lerbe-Wurst-Geschmack. Nein. Ja. Und wenn es mal welche mit Maus geht, dann willst du bestimmt den, oder? Ich? Nein. Freilich. Freilich.